Hey Leute, der Sturm geht weiter. Alphons und Hildegard wollen Werner aufmuntern, doch ihre Versuche scheitern. Daraufhin schaltet sich Gary ein und versucht hartnäckig, Werner mit einer Partie-Backgammon aus der Reserve zu locken. Paul zweifelt vor Josi, ob seine Liebe zu Constanze noch eine Chance hat. Yvonne gerät wegen der Schulden bei ihrem Ex-Freund unter Druck. Als sie realisiert, dass Gary und Alphons vermeintlich um Geld spielen, wittert sie ihre Chance, Gary das Geld aus der Tasche zu ziehen. Doch kurz darauf muss sie eine ernüchternde Feststellung machen. Ariane gesteht Robert, dass sie schwanger ist. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns bitte eine positive Bewertung da und falls du es nicht schon getan hast, abonniere diesen Kanal, um keine Vorschau-Videos zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.